Der Englisch vor zwei Wochen wurde in Deutschland der Bambi verliehen. Mario Adorf hat einen bekommen für sein Lebenswerk und der Papst hat auch einen bekommen, den Millennium Bambi. Schaffen Sie es in drei Sätzen zu erklären, warum er den verdient hat? Weil er, glaube ich, der wichtigste Papst ist, den es in der Geschichte der katholischen Kirche in den letzten 500 Jahren gegeben hat. Und ich schwöre Ihnen, wir werden in den Geschichtsbüchern lesen in 200 Jahren, dass dieser Papst wirklich eine, so etwas wie eine Wasserscheide für die katholische Kirche war. Weil er schlicht und einfach eine ganz simple Botschaft hat. Wenn wir uns nicht an die eigene Nase fassen, sind wir unglaubwürdig. Das waren drei Sätze, sehr gut. Sie haben ihn auch mal als coole Socke bezeichnet. Schaffen Sie das auch in drei Sätzen, uns zu erklären, warum er eine coole Socke ist? Also ich habe mir ein Buch gebracht und früher war das immer so eine relativ, ja, so eine relativ formelle Sache. Man wurde zum Papst gerufen, das war nicht so, als wenn man zum Zahnarzt geht. Aber als er das Buch gesehen hat, hat er mich angeguckt und hat gesagt, wieso hast du denn schon wieder ein Buch über mich geschrieben? Und dann auf Deutsch. Und dann habe ich gesagt, heiliggeiz, Sie sind ein wichtiger Mann. Und dann hat er gesagt, so wichtig bin ich gar nicht, ich höre auf, Bücher über mich zu schreiben. Dann habe ich gesagt, ich glaube, das kann ich nicht, weil die Deutschen sind auf ihrer Seite und die wollen lesen, was sie da gerade tun. Wenn mir jemand vor 30 Jahren gesagt hätte, dass ein solcher Papst kommen würde, würde ich sagen, geht nicht. Unmöglich, kein Papst wird je Kleinwagen fahren, kein Papst wird je sagen, ich ziehe in so einem Zimmerchen ein. Und kein Papst wird sagen, ich brauche keine Kammerdiener. Ich weiß, dass ich das immer lapidar sage, aber wenn mich jemand fragt, wie empfinden Sie diesen Papst, würde ich sagen, ich habe das Gefühl, dass einer der guten Kumpels von Jesus von Nazareth im Vatikan eingezogen ist. Das Gefühl hat man. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.